Hallo, ich bin Klaus Preuschow von der Comline und heute wollte ich mich an alle die wenden, die die schönen neuen Laptops mit Intel Prozessor und Thunderbolt 3 haben. Diese Rechner sind ja leicht, gut zu transportieren und haben Akkulaufzeiten von über 10 Stunden, praktische Geräte, aber es gibt Probleme, wenn ihr wirkliche Grafikleistung braucht. Ein Beispiel, es soll mal gezockt werden, nachdem die Vorlesung zu Ende ist. Da kann der Rechner nicht mit, das kann er nicht. Und da hat die Firma Sonnet zwei Lösungen für euch bereitgestellt. Das erste ist die Sonnet EGFX Breakaway Box. Wie der Name schon sagt, Schuhkarton groß und in diese Box könnt ihr jetzt eine beliebige Grafikkarte einbauen, die so leistungsstark ist, dass sie für euer Spiel geeignet ist. Schön auch, man kann die Grafikkarte austauschen, wenn nächstes Jahr ein noch schnelleres Spiel auf dem Markt kommt, kein Problem. Grafikkarte raus, größere Grafikkarte rein. Schön aber auch für die Leute, die professionell arbeiten. Denn die Sonnet Box ist die leiseste Box auf dem ganzen Markt. Deswegen ist sie auch so groß. Man hat also nicht das Gefühl, der Föhn läuft irgendwie auf dem Schreibtisch, sondern flüsterleise bringt diese Box ihre Grafikleistung. Natürlich gibt es auch Leute, die wollen transportabel sein. Die müssen vielleicht am Filmset eine Farbkorrektur machen. Die wollen vielleicht mal zu einem Freund gehen und eine LAN-Party machen und auch ihren Laptop einsetzen. Für diese Leute hat die Firma Sonnet den Breakaway Pack auf den Markt gebracht. Pack, das kommt ja von dem Wort Puck. Das ist so das Ding beim Eishockey. Wenn man weiß, dass der Besitzer von Sonnet ein Fan der Anaheim Ducks ist und jedes Eishockey-Spiel sich anguckt, dann weiß man, woher der Name kommt. In dem kleinen Gerät haben wir hier eine kleinere Grafikkarte. Aber es ist in diesem Fall auch eine 570 RX von AMD, eine hochleistungsfähige Karte. Und diesen Pack, den kann ich jetzt mitnehmen zu Freunden. Ich kann ihn hinten an dem Monitor montieren. Der steht nie im Weg. Wie sieht es aus, wenn ich professionell arbeiten will? Auch das geht. Gerade im Apple-Bereich wollen ja viele Leute kreativ sein. Beide Boxen lassen sich einsetzen und ich kann dann so etwas wie eine Farbkorrektur mit Resolve zum Beispiel ohne weiteres vom Laptop ausmachen, weil die Leistungsfähigkeit da ist. Wenn man mal so ein GPU-Benchmark-Programm startet, dann sieht man im Vergleich zur Intel-CPU kriegen wir hier Werte zwischen 5- bis 8-mal so schnell wie die interne GPU. Und das reicht sowohl beim Spielen als auch im professionellen Bereich vollkommen aus. Wie sieht es mit dem Betriebssystem aus? Auf der Windows-Seite kein Problem. Anstöpseln geht. Wichtig, da ich muss immer die Updates machen auf das Betriebssystem, das alles auf dem neuesten Stand ist. Das kennt ihr sicher. Auf der Apple-Seite ist es so, diese RX 570er-Box kommt tatsächlich unmittelbar mit dem Betriebssystem. Wir zeigen das mal kurz. Das Gleiche gilt, wenn ich eine RX 570 AMD Karte in die große Box hineinstecke. Auch die kann ich ohne Software-Installation am Apple betreiben. Wenn ich andere Karten verwenden will und das richtig reibungslos machen will, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Da hat Apple angekündigt, jetzt im Frühjahr die Software zu bringen. Wer nicht warten will, Experten machen das schon eine ganze Zeit. Da gibt es eine Webseite, die zeige ich euch hier kurz. Die heißt eGPU.io und dort könnt ihr alle Informationen finden, um bereits jetzt mit ein bisschen Tüftelei auch am Apple jede und auch große Nvidia-Karten zum Beispiel an den Start zu bringen. Mal zusammengefasst, Sonnert hat für jeden was. Ob PC, ob Mac, ob groß und leise, ob transportabel für unterwegs. Mit dem Pack und der Breakaway-Box hat Sonnert einen Grafik-Nachbrenner für alle die schönen Thunderbolt 3 Laptops. Hoffentlich habt ihr viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.